Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spanart. Heute wieder mit Max Wollgarten an meiner Seite. Hallo zusammen, in der letzten Folge konntet ihr den ersten Teil unseres Themas Werkstoffe und Zersparnbarkeit sehen. Dieses Thema setzen wir heute mit den Bereichen Eisengusswerkstoffe und Nicht-Eisenmetalle fort. Fangen wir direkt mit den Eisengusswerkstoffen an. Diese haben mit Ausnahme von Stahlguss einen Kohlenstoffanteil über 2,06%. Gerade hinsichtlich der Zersparnbarkeit spielt die Menge und Ablagerungsform des Kohlenstoffs im Gefüge eine große Rolle. Die Kohlenstoffeinlagerungen in Form von Graphit unterbrechen das Gefüge und wirken wie eine Art Sollbruchstelle bei der Scherung. Es reduziert die Schnittkräfte und begünstigt den Sparnbruch. Zudem reduziert es die Reibung zwischen Werkstoff und Schneide und dadurch den Verschleiß am Werkzeug. Wohingegen der Kohlenstoff in Form von Zementit, also als Hartstoff, den abrasiven Verschleiß steigert. Bei Gusseisen mit Lamellengrafit liegt der Kohlenstoff lamellenartig zwischen den Gefügekörnern vor. Es entstehen hier hauptsächlich kurze Scher- oder Reisspäne. Die Schnittkräfte und der Verschleiß sind eher gering und es können vergleichsweise hohe Schnittgeschwindigkeiten genutzt werden. Daneben gibt es noch Gusseisen mit Vermikulargrafit. Hier liegt der Kohlenstoff korallenförmig zwischen den Gefügekörnern vor. Die Zersparnbarkeit ist sehr vergleichbar mit der von Gusseisen mit Lamellengrafit. Bei Gusseisen mit Kugelgrafit liegt der Kohlenstoff in Form von kugelförmigen Einschlüssen vor und wirkt dadurch weniger scherend. Die Festigkeit ist höher als bei Gusseisen mit Lamellen und Vermikulargrafit. Je höher der Perlitanteil im Werkstoff, desto abrasiver wirkt dieser. Danach richtet sich auch die Schnittgeschwindigkeit, die Späne brechen aber generell gut. Mit höherem Ferritanteil neigt Kugelgrafitguss zur Aufbauschnellenbildung. Weißes Gusseisen, welches nicht wärmebehandelt wurde, wird aufgrund des hohen Zementitgehaltes auch Hartguss genannt. Es wirkt sehr abrasiv und es sollten mit steigender Werkstoffhärte die Schnittparameter gesenkt werden. Der Spanwurf stellt in der Regel jedoch kein Problem dar. Bei Temparguss unterscheidet man zwischen weißem, entkohlten und schwarzem, nicht entkohlten Temparguss. Temparn ist eine Wärmebehandlung, durch welche die Materialeigenschaften hinsichtlich Festigkeit, Zersparnbarkeit oder anderen positiven Eigenschaften verbessert wird. Allgemein ist schwarzer Temparguss einfacher zu zersparen als weißer. Wobei jedoch beide im Vergleich zu Stehlen als sehr gut zersparnbar gelten. Lediglich bei ferritischen Gefügen kann es zu langen Spähen und Aufbauschneiden kommen. Die Schnittkräfte, Temperaturen und der Verschleiß sind hier vergleichsweise gering. Stahlguss ist in Form gegossener Stahl und kommt mit den verschiedensten Legierungselementen vor, welche sich nach dem entsprechenden Verwendungszweck richten. Die Zersparnbarkeit muss hier sehr individuell betrachtet werden und kann nicht pauschal beurteilt werden. Generell gilt bei Gusswerkstoffen die Gushaut als kritische Zone. Hier können Gefügeschwankungen, Einschlüsse und Verzunderungen zu einem starken abrasiven Verschleiß führen. Das kann sich in Form einer Verschleißkerbe auf der Höhe der Gushaut oder durch Ausbrüche bemerkbar machen. Dem könnt ihr jedoch durch Reduzierung der Schnittparameter entgegenwirken. Auch Sandeinschlüsse oder Lufteinschlüsse, sogenannte Lunker, kommen bei Gusswerkstücken öfter vor und können zu Ausbrüchen einer Schneide führen. Schauen wir uns nun die Nicht-Eisenmetalle an. Neben Stahl ist Aluminium einer der am häufigsten verwendeten Werkstoffe. Aluminium ist ein Leichtmetall und gilt allgemein als gut zersparnbar. Die Schnittkräfte und Schnitttemperaturen sind im Gegensatz zu Stahlwerkstoffen generell wesentlich niedriger. Bei weichen Sorten wie Aluminiumknetwerkstoffen und Aluminiumgusswerkstoffen mit einem niedrigen Siliziumanteil treten jedoch häufig lange Späne und Aufbauschneiden auf. Der abrasive Verschleiß ist sehr gering, weshalb hauptsächlich mit Hartmetallwerkzeugen gearbeitet wird. Mit steigendem Siliziumanteil ändert sich das. Der abrasive Verschleiß steigt an. Daher werden gerade bei höheren Siliziumanteilen PKD-Werkzeuge wirtschaftlich sinnvoll. Durch einen größeren Siliziumanteil verbessert sich die Spanbrüchigkeit und das kommt auch noch selten zur Aufbauschneidenbildung. Magnesium ist ebenfalls ein Leichtmetall und gilt als sehr gut zersparnbar. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier jedoch der Reaktionsfreudigkeit mit Sauerstoff. Gerade die kleinen Späne und Stäube bergen eine Brandgefahr durch Selbstentzündung. Hier müssen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, zum Beispiel Löscheinrichtungen in den Maschinen oder adäquate Kühlmittel. Die Schnittkräfte und der Verschleiß sind sehr gering und es kann mit hohen Schnittwerten gearbeitet werden. Die Späne brechen kurz, Aufbauschneiden kommen nur selten vor und es können problemlos gute Oberflächen erzeugt werden. Auch Titan zählt zu den Leichtmetallen. Hier wird in Reintitan, Alpha-Legierungen, Alpha-Beta-Legierungen und Beta-Legierungen unterschieden. Im Gegensatz zu anderen Leichtmetallen gilt Titan als allgemein schwer zersparnbar. Wobei verhältnismäßig Reintitan und Alpha-Legierungen einfacher zu zersparnen sind als Beta-Legierungen. Titan besitzt eine geringe Wärmeleitfähigkeit, weshalb hier mit niedrigen Schnittgeschwindigkeiten gearbeitet werden muss. Es neigt außerdem zu Aufbauschneidenbildungen, weshalb fast immer Kühlschmiermittel genutzt wird. Aufgrund der hohen Festigkeit sind die Schnittkräfte vergleichsweise hoch und die Werkzeug- und Werkstücksspannung sollte so stabil wie möglich sein. Kupfer ist generell besser zersparnbar als Stahlwerkstoffe. Das Deutsche Kupferinstitut hat Kupfer- und Kupferlegierungen, wozu auch Bronze oder Messing zählen, in drei Zersparnungsgruppen eingeteilt. Dazu wurde ein Index geschaffen, dessen Referenzwerkstoff ein Automatenmessing Kupferzink 39 Blei 3 mit der Indexzahl 100 ist. Dieser Referenzwerkstoff gilt hinsichtlich der Spanbildung, Zersparnungskräfte und Werkzeugstandzeit als ideal zersparnbar. Indexzahlen 20 bis 30 werden der Zersparnungsgruppe 3 zugeordnet und gelten als schwer zersparnbar. Je kleiner die Zahl, desto schwerer, je größer die Zahl, desto einfacher zersparnbar ist der Werkstoff. Indexzahlen 40 bis 60 werden der Zersparnungsgruppe 2 zugeordnet und gelten als mäßig bis gut zersparnbar. Indexzahlen 70 bis 100 werden der Zersparnungsgruppe 1 zugeordnet und gelten als sehr gut zersparnbar. Die Materialindizes können in einer Infobroschüre des Deutschen Kupferinstituts eingesehen werden. Kommen wir am Ende noch zu einer spannenden Werkstoffart, den HRSA-Werkstoffen, Heat-Resistant Super Alloys. Hierbei handelt es sich um hochwarmfeste, korrosionsbeständige Legierungen mit einer hohen Zugfestigkeit. Sie finden aufgrund ihrer Eigenschaften häufig Verwendungen in Hochtemperaturbauteilen, zum Beispiel bei Triebwerken oder Motoren. Die HRSA-Werkstoffe lassen sich nochmals in drei Untergruppen einteilen, den Eisen-, Nickel- und Kobaltbasiswerkstoffen. Am meisten Verwendung finden Nickel-Basis-Legierungen, zum Beispiel Inconel 718, Udimet 720 oder Waspelloy. HRSA-Werkstoffe gelten generell als schwer zersparnbar. Es entstehen große Schnittkräfte und aufgrund der schlechten Wärmeleitfähigkeit hohe Temperaturen am Werkzeug. Sie sind adhesiv, neigen zur Aufbauschneidenbildung und Kaltverfestigung an der Oberfläche. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, es hat euch auch dieses Mal wieder gefallen und ihr konntet einige interessante Einblicke in das Thema Werkstoffe und deren Versparbarkeit erhalten. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, euer Team von Sparnart. 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 Sparnart.